Hallo Mann und Hallo Frau. Diese Begrüßung war so natürlich noch gar nicht geklaut von jemandem oder so. Aber egal, weiter geht's. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Ein neues Level, gut. Ich hab jetzt zwei Wochen, glaube ich, nicht mehr gespielt. Ja, und ich hab da sogar ein Fail gehabt. Vom Aufnehmen. Ich hab hier auf einmal ganz viele neue Pflanzen gehabt. Und der Teil, wo ich die gekriegt hab, war weg. Ich weiß nicht wieso, endlich hab ich... Endlich. Endlich. Hm, genau. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht war ich zu blöd, ähm... F9 zu drücken oder hab irgendwas gelöscht. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Auf jeden Fall tut mir leid. Tut mir voll leid. Aber man kann ja jetzt nichts machen. Ich spiel jetzt einfach weiter. Gut, Nachtlevel gibt's hier. Nein. Für die gibt's nix. Also normale Pilze. Das kann ich, glaube ich, nicht gebrauchen. Sonne. Pilze. Ähm, war da ein Pool? Ja, da war ein Pool. Okay. Wasserpflanzen. Okay, das kann ich doch vielleicht gebrauchen. Nebel ist auch da. Ähm. Ich glaub, da nehm ich mir die Laterne. Und noch zwei Sachen hab ich Platz. Ah, der, der Buddel-Typ ist dabei. Ähm. Was kann ich denn noch nehmen? Na, das fürs Wasser noch, vorsichtshalber. Ja, ihr habt, ihr habt gerade vielleicht einen kleinen Cut gesehen. Ich hab wegen der Soundbalance, äh, Soundqualität oder bla, ob man mich verstehen hat. Ob man mich verstehen hat. Ob man mich verstehen hat. Boah, jetzt hab ich genau das gleiche gesagt. Ich hab nachgeguckt, ob man mich verstehen kann. Bei mir auf den Kopfhörern ist die Musik ziemlich laut. Aber naja, geht alles. Und wieder ein sehr spannendes Nachtlevel. Und der kommt schon. Okay. Geht doch relativ schnell hier. Los, ich brauch ne Sonne. Komm man. Geht doch. Brains. Gut, der schafft den. Oder, oder? Na ja. Sauber. Sauber. Oh, da kommt gleich der Nächste auf der Line. Aber mit zwei, mit zwei Pilzen wird das nicht sehr weit, wird der Zombie nicht sehr weit kommen. Denn er wird noch einmal sterben. Den habe ich jetzt auch schon 50 Mal gebracht, den Witz. Und ich habe gerade mit meinen Fingern das Anführungszeichen gemacht. Und ich habe gerade mit meinen Fingern das Anführungszeichen gemacht. Oder höre ich auch gar nicht. Oder höre ich auch gar keinen. Setz dich einfach mal irgendwo in Pilz hin. Wird schon richtig sein. Oh, das war sogar richtig. Wer hat Skill? Ich habe Skill. Das hört sich an wie ein Pümpelding. Yep. Super. Nicht. Oder? Ich glaube, der schafft es. Ja. Ja. Ich hoffe mal, mit den Erbsen geht es schneller. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, die Pilze machen bessere Arbeit als die normalen Pflanzen. Als die eigentliche, eigentliche Verteidigung. Verarschen. Ich habe wirklich das Gefühl, die Pilze machen mehr Damage als die normalen Pflanzen. Ähm. Ich sehe gar nichts. Ich bräuchte gleich mal hier Laterne. Sauber. Und das Teil. Ich glaube, ich hätte den da hinsetzen sollen. Und Schüss Laterne. Yep. War nett, kurz was gesehen zu haben. Und ich habe es platschen gehört. War das jetzt meine Pflanze oder ein Vieh? Ja, das war ein Vieh. Oh. 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 Schei. Oh. Da kommt ein Pömpelkopf. Mist. Den habe ich gar nicht gesehen. Ich lenke den jetzt nur ab. Ich hau darauf, was ich kann. Jeden möglichen Kack. Eieieiei. Eieieiei. Das bringt sowas von gar nicht. Ach, du Kacke. Ich glaube, ich hätte... Ach, du Scheiße. Wer ist der Noob? Ich bin der Noob. Oh, Mist. Komm. 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 Oh. Komm. Geh weg. Geht doch. Gut. Oh. Das war jetzt meine... schwerste Line. Und da kommt gleich... noch so ein Pömpelkopf. Oh nein. Ähm. Geh weg. Geh weg, du böser Mann. Ich gucke echt zu viel Zipp. Zu viel Zipps LP. Oh Gott. Geh weg. Mann. Ich sollte besser ausbauen. Oh Mann. ey. Ey. Oh ja. Ey. Ich wollte die Blume eigentlich da hinpacken. Aber... Ich weiß... Ich weiß... Ich seh nix. Ich weiß nicht, wo ich was hinmachen soll. Der Nebel stört mich sehr. Ich tausche die Teile jetzt aus. Ich weiß... So. So. Hoffentlich klappt da was. Oh. Mann. Ja, klar. Der da geht durch. Hm. Und der versteckt sich gleich, ne? Oh. Oh. Das wird nicht so sauber, denke ich. Oh Mist. Oh Mist. Oh Mist. Oh Mist. Scheiße. Oh Gott. Gott. Ich glaub die Runde ist sowas von... Verkackt. Ja. Ja. Komischerweise hab ich noch nicht verloren. Reines Glück. Hm. Yep. So. Jetzt hab ich freie... Ja. Natürlich. Nat... Oh Gott ey. Wisst ihr was? Ich fang nochmal an. Erster Neustart. Wach. Fängt ja toll an. Vielleicht liegt's an der Uhrzeit. Genau. Alles auf die Uhrzeit schieben. Hm. Nehm ich mal das. Das. Mehr Pilze vielleicht. Wasserzeug. So. Jetzt. Licht brauche ich. Das wird aber so... So... Lange aufgeladen. Die Teile sind auch noch da. Oh Gott. Moment. Da. Genau. Probier ich's mal. Ohne durch den Nebel zu gucken. Und ich hänge hier jetzt die ganze Zeit an einem Level. Fängt schon mal gut an. Und die Hälfte vom Bild ist verdeckt mit Nebel. Ist auch sehr hilfreich. Nicht. Und da kommt schon mal Nummer 1. Und ich hab keine Ahnung wo. Bestimmt da unten. Ich hab keine Ahnung wo ich die Pflanzen nicht hinsetze. Wie viel kosten die hier? Ich seh den Preis nicht wegen dem Nebel. Wollt ihr mich verarschen? Kosten die was oder... Nein. Okay. Man kann wegen dem Nebel nicht mal den Preis von den Pflanzen sehen. Das ist sowas von doof gemacht. Da unten kommt Nummer 2. Brains. Und Nummer 2 ist weg. Und da kommt schon wieder einer. Da oben. Okay. Mach ich das mal so hier. Setz ich mal jetzt sofort die Teile. Und ich brauch mehr Sonnenlicht. Wo bist du mein Sonnenlicht? Geht doch. Da bist du ja mein Sonnenlicht. Ja. Verteidigung. Auf dem Wasser. Oh. Ich hab grad gedacht da kommt ne Sonne raus. Ich krieg schon Hallos hier. Ich sollte vielleicht auch nicht die ganze Zeit das Geld ausgeben für die Teile. Das Geld. Die Sonne. Und warum stirbt der Pömpelkopf nicht? Kann mir das jemand verraten? Werf deinen Pömpel weg. Gut. Und? Ja. Klappt schon mal besser als vorher. Ich kann auch nur irgendwie zufällig in den Nebel irgendwas setzen. Ich seh gar nichts. Ungut.